Moin Moin Onne und herzlich willkommen zurück bei Let's Play NHL 2007 im Saisonmodus mit unseren San Luis Plus. Spiel Nummer 3 der zweiten Playoff-Runde steht an gegen die Los Angeles Kings. Wir sind also zu Gast in L.A., wir sind zu Gast in der Sonnenstadt in Kalifornien. Nachdem wir zuletzt ja leider Spiel 2 zu Hause mit 5 zu 4 an der Overtime verloren haben, steht es in der Serie 1-1. Das bedeutet heute, der Sieger würde in der Serie mit 2 zu 1 in Führung gehen. Ich hoffe natürlich, dass das unsere Blues aus San Luis sind. Einfach wird es nicht werden gegen die Kings. In den beiden ersten Partien dieser zweiten Playoff-Runde ging es bis hin immer in die Overtime. Am Ende endeten beide Spiele mit 5 zu 4. Einmal für unsere Blues, einmal für die Kings. Mal schauen, wie es heute ausgeht. Los geht's. Spiel Nummer 3 der zweiten Playoff-Runde hier in Los Angeles steht also an, die Kings mit der Gelegenheit in der Serie mit 2 zu 1 in Führung zu gehen. Und genau so besteht die Gelegenheit für unsere Blues, nachdem wir also zuletzt in der Serie den Ausgleich kassiert haben, heute wieder in Front zu stoßen und Los Angeles natürlich wieder unter Druck zu setzen. Mal schauen, ob uns das gelingt. Und das ist Roach und das ist Jackman. Und ich will natürlich hier gleich von Beginn an Dampf machen. Jackman mit dem Schuss. Aufgepasst, aber Nostrum dazwischen. Und die Kings befreien sich, aber Tetschak passt auf. Und wir kommen gleich wieder in die Offensive. Heute müssen wir von Beginn an Druck machen. Und den Gegner klar machen, um was es hier geht. Und Raid mit der nächsten guten Szene. Ja, doch ganz guter Beginn unserer Blues. Wir sind sofort offensiv dabei, aber noch ohne Erfolg. Das war ein schöner Check. Und wir bauen erneut auf Garen. Und der nächste Angriff. Und es gibt jetzt die Strafe gegen die Kings. Und die Partie unterbrochen. 2 Minuten Powerplay. St. Louis. Die Strafe gegen Alexander Frohloff. 2 Minuten für Behinderung. Haken. Sagt der Schiedsrichter. Und unser Statement. Das ist korrekt. Kann man so entscheiden. Und demzufolge 2 Minuten Überzahl-Situation für unsere Blues. Und natürlich die Gelegenheit hier doch recht früh in dieser Partie. Vielleicht die Führung zu markieren in Überzahl. Hoffen wir, dass wir die Chance auch nutzen können. Roach aus der Distanz. Da hat gar nicht so viel gefehlt. War ein schöner Schuss. Aber am Ende rauscht er am Kasten vorbei. So, kommen wir da durch. Überhaupt in den Puck gegen 2 Kings. Stark durchgesetzt. Der Passrate. Schuss aber geblockt. Und Roach muss jetzt natürlich nach hinten arbeiten. Das ist Camilleri. Auf den müssen wir aufpassen. Und so macht man das am besten. Schöner Check und McKee. Mit dem Pass auf Keith Tichak. Und es geht wieder ab in die Offensive. Tichak setzt sich durch. Gut gemacht. Der Pass rüber auf Garen. Den kriegt er nicht. Und Conroy. Auf den gilt es natürlich ganz besonders aufzupassen. Der hat ja im zweiten Spiel 3 Tore erzielt für die Kings. Also auf den müssen wir heute alles einsetzen, was wir defensiv haben. Im Ohrseck. Aber da kommen wir nicht durch. Blake hat aufgepasst. Und Reitman. Und wir probieren natürlich wieder den Angriff anzuschieben. Was macht denn der Reitman? Da verliert er fast noch die Scheibe. Die letzten Sekunden unserer Powerplay-Situation laufen. Katschanik vom Puck getrennt. Unsampft. Aber wir bleiben nochmal in der Offensive. Und nochmal die Gelegenheit. Aber der Pass viel zu ungenau. Und dann ist Los Angeles wieder vollzählig. Und wir können also die Überzahl-Situation nicht nutzen. Und jetzt die Kings im Angriff. Aber werden nicht so richtig gefährlich. Und wir befreien uns. Soppe. Für L.A. Armpuck. Auf Wolof. Auf Armstrong. Und der mit dem Superpass auf Macaulay. Der ist durch Macaulay. Verzieht. Zum Glück für unsere Blues. Da fehlt am Ende ein Stückchen. Das war die gute Gelegenheit für die Kings hier natürlich mit 1-0 in Führung zu gehen. Wieder Macaulay. Meine Herren. Was macht denn der Prua dort? Kann er sich durchsetzen? Jawohl. Aber Divis passt auf. Die Kings kommen jetzt immer besser ins Spiel. Blake. Verlieren wir den Puck schon wieder. Das sieht jetzt gerade nicht so gut aus, was wir hier spielen. Wir hatten eigentlich ganz gut angefangen. Aber jetzt die Kings besser im Spiel. Orsek. Wird da gestoppt. Wir kommen einfach nicht in Fahrt. Conroy auf Wolof. Da muss der Check kommen. Und am Ende fehlt ein Stück. Garen. Und Reitman ist am Puck. Sehr gut gespielt. Und Dark Raid. Wird wieder gestoppt. Das gibt es nicht. Wir kommen einfach nicht durch. Wir kommen jetzt in den letzten Minuten zu überhaupt keiner Chance. Klark. Divis passt auf. Reitman. Das erste Drittel nähert sich dem Ende. 0-0 der Stand der Dinge. Bisschen recht ausgeglichene Angelegenheit. Auch wenn die Kings immer besser in Fahrt kommen. Garen. Kann sich da nicht entscheidend durchsetzen. Und wieder LA am Zug. Ah. Jackman. Genau. Mal ein Ausrufezeichen gesetzt da hinten drin. Und Garen nochmal. Die letzten Sekunden. Garen probiert. Herzverzieht aber. Ja. Und dann ist das erste Drittel rum. 0-0 der Stand der Dinge nach den ersten 20 Minuten in dieser Partie. Noch nichts weiter passiert. Eine recht ausgeglichene Angelegenheit würde ich mal sagen. Weil die Teams probieren. Die Kings waren gegen Ende des ersten Drittels etwas besser drauf. Als unsere Plus. Naja. Aber zwei Drittel haben wir noch vor uns. Und da können wir natürlich jetzt versuchen. noch mehr zu investieren. Die Schüsse 1 zu 2. Also es ist wirklich noch nicht viel passiert, Freunde. Habt bis hierhin natürlich noch nichts verpasst. Dann mal auf ins zweite Drittel. Hoffen wir also, dass wir jetzt mehr zu sehen bekommen von den beiden Mannschaften. Allen voran natürlich von den Blues aus St. Louis. Hier im Staples Center zu Los Angeles. Divis. Auf Mackie. Wir versuchen natürlich den Angriff hier anzuschieben. Garen. Der zuletzt im zweiten Spiel ein echter Chancentod war. Dort richtig viele gute Chancen hat liegen lassen. Wenn er die natürlich genutzt hätte. Zumindest ein paar davon. Hätte das am Ende vielleicht anders ausgesehen. Dann hätten wir vielleicht auch Spiel 2 nicht verloren. Aber naja. Lässt sich jetzt sowieso nicht mehr ändern. Armstrong. Oh, der Schuss. Und das war der Foss. Und dann ist er drin. Alexander Frohloff. 1 zu 0 für Los Angeles. Divis war da machtlos schon beim ersten Schuss. Und Frohloff vollendet das, was Armstrong zunächst nicht fertig bekommt. Und der steht 1 zu 0 für die Kings. Kings aus Los Angeles. Die Führung. Ja. Sie hatte sich schon gegen Ende des ersten Drittels angedeutet. Und es geht im zweiten Drittel genauso weiter, wie wir aufgehört haben. Wir sind hinten einfach zu inkonsequent. Und lassen zu viel zu. Und die Kings nutzen das zu ihrem Vorteil aus. 1 zu 0. Aber es ist noch nichts verloren. So sollten wir das mal sehen. Und das ist Garen. Und der vielleicht gleich mit der Schuss auf den Ausgleich. Guter Schuss. Aber auch ein guter Save von Clouche. Und der Lecom wieder. Play. Conroy. Und Armstrong. Verhauptet sich da. Armstrong kann sich durchsetzen. Meine Güte. Frohloff. Und Jackman. Und jetzt muss es aber abgehen hier. Doug Raid. Und es gibt die nächste Strafe gegen LA. Raid setzt sich durch. Will die Situation natürlich trotzdem gerne zu Ende spielen. Doug Raid mit dem Versuch. Clouche hält. Und dann ist die Partie unterbrochen. Jetzt die Strafe gegen Alexander Frohloff. 2 Minuten für hoher Stock. Der Torschütze muss also vom Eis. Für 2 Minuten. Und die Entscheidung geht in Ordnung. Da war der Schläger eindeutig zu hoch. Und somit die nächste Powerplay-Gelegenheit für unsere Blues aus St. Louis. Nun müssen wir diese endlich auch mal nutzen. Und McKee hat da die Chance. Clouche hält. Zweimal. Doug Raid war auch noch mitbeteiligt. Kann die Chance natürlich nicht nutzen. Wie soll es auch anders sein? So. McCauley holt sich da die Scheibe. Für die Kings. Tanzt unsere Defensive aus. Bleibt aber zum Glück ohne Folgen. Kieft DeChuck. Na los. Bewegung. DeChuck. Setz dich durch DeChuck mit dem Schuss. Clouche hält. Und der nächste Anlauf. Doug Raid. Doug Raid dreht da nochmal die Runde. Der Pass findet keinen Abnehmer. Das gibt es nicht. Wir kommen einfach nicht in Fahrt. Ich weiß auch nicht. Wir können hier probieren, was wir wollen. So richtig gefährlich ist es auch nicht, was wir machen. Die Chancen sind nicht der Rede wert. Kacchanik. So. Setzt er sich da mal durch. Kacchanik mit dem Pass auf Osik. Das gibt es nicht. Wieder Clouche. Den hält er dann natürlich. Das war mal eine gute Chance. Eine der wenigen bis hierhin. Unsererseits. Und den Hälter natürlich. So. Und aufgepasst. Die letzten Sekunden der Powerplay-Situation laufen. Und Los Angeles ist wieder vollzählig. Wir können also unsere Überzeitssituation wieder nicht nutzen. Im Powerplay sind wir heute also auch nicht die Welt. Aber aufgepasst. Die Chance für Osik. Wieder der Osik. Oh meine Herren. Seine zweite richtig gute Chance heute. Und wieder bleibt die ungenutzt. Und das ist dann Abseitspartie damit unterbrochen. Eigentlich ist der Ausgleich doch drin. Auch wenn wir wie gesagt wenig nennenswerte Chancen haben. Aber solche Dinger wie Osik hier gerade zweimal. Die müssen dann auch ganz einfach rein. So. Was macht denn Divis da? Armstrong. Armstrong. Hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn das Ding reingegangen wäre. Haben aber nochmal Glück gehabt. Doug Raid. Mit dem Pass auf Garen. Gleich beginnen die letzten fünf Minuten des zweiten Drittels. 1-0 für L.A. Aber da ist er drin. Kiefte Chuck. Na endlich. Na endlich. Na endlich. Der Ausgleich. Auch wenn er etwas glücklich ist. Aber das ist egal. Tick Chuck aus dem Rückraum. Da war glaube ich auch noch der Verteidiger Regier dazwischen. Aber das Ding ist drin. Und das ist ja wohl die Hauptsache. Klusche geschlagen. 1-1. St. Louis ist wieder da, Freunde. 4 Minuten 36 vor Ende des zweiten Drittels. Endlich mal eine gute Nachricht. Aber auch schön gespielt. Und Tick Chuck nutzt die Gunst der Stunde. Schöner Flachschuss. Und das Ding ist drin. Also 1-1. St. Louis schlägt zurück noch vor Ende des zweiten Drittels. Das ist ganz wichtig dieser Treffer. Auch wenn er etwas glücklich ist. Aber nach dem Spielverlauf hier basiert eh mehr auf Zufall. Und das ist das 2-1. Bill Guerin. Spiel gedreht. Freunde, was ist hier los? Jetzt geht es auf einmal Schlag auf Schlag. Lange Zeit haben wir uns so dumm angestellt. Und jetzt schießen wir zwei Tore hintereinander. Raid mit der Vorarbeit. Garen im Rückraum. 2-1 St. Louis. So muss das laufen. Wir führen bei den Kings aus Los Angeles. Klusche natürlich verärgert. Was ist noch los mit seinen Vorderleuten? Auf einmal die Kings anfällig da hinten drin. Standen sie noch lange Zeit recht souverän. Aber auf einmal schlägt St. Louis zu. Und es steht 2-1, Freunde. Spiel gedreht. Und so lässt es sich doch leben. Aktuell hätten wir also Spiels 3 der 2. Playoffrunde gewonnen. Und würden in der Serie mit 2-1 in Führung gehen. Aber vorsichtig mit dieser Aussage. Es ist noch genug Zeit für L.A. Das ja auch wieder zu kippen. Es sei denn natürlich, wir legen hier fleißig nach. Clark. Schöner Check. Wichtig ist jetzt erstmal nur, dass wir die Führung in die Pause bringen. Klumek. Und dann war es das. Das 2. Drittel ist rum. Also bis in alle Tore im 2. Spielabschnitt gefallen. Es steht 2-1 für die St. Louis Blues. Wir führen bei den L.A. Kings. Nachdem wir zurücklagen. Nachdem die Kings ja früh im 2. Drittel in Führung gegangen waren. Konnten wir also durch zwei relativ späte Treffer im Mitteldrittel die Partie drehen. Und führen nun mit 2-1 in Los Angeles. In Spiel 3. Naja. Aber ein Drittel haben wir noch vor uns. Da kann noch viel passieren. Deswegen abwarten und die Füße stillhalten. So. Na dann wollen wir mal auf ins letzte Drittel. Hoffen wir es. Nicht, dass es heute schon wieder in die Overtime geht, wie in den ersten beiden Spielen. Aber aktuell wäre das ja nicht der Fall. Nur müssen wir dieses Ergebnis natürlich über die Zeit retten. Bestenfalls natürlich noch ausbauen. Ich denke, wenn wir noch ein, zwei Tore machen und hinten natürlich keins mehr kassieren, dann dürfte das ja über die Runden zu bringen sein. So. Und das ist Bill Guerin. Der Torschütze zum 2-1 mit dem Pass auf Raid. Aber der kann die Chance zum 3-1 leider nicht nutzen. Das wäre natürlich der optimale Start ins dritte Drittel gewesen. Gleich noch das dritte Tor hinterher. Armstrong auf Conroy. Der Dreifach-Torschütze trifft schon wieder. Zuletzt im zweiten Spiel schon drei Tore gemacht und heute trifft er wieder der Craig Conroy. Weil wir wieder nicht energisch genug draufgehen, weil dieser Track total amateurhaft ist. Und dann schießt er einfach und das Ding ist natürlich drin. 2-2 Los Angeles schlägt zurück. Das Spiel wieder offen. Die Gastgeber sind wieder dran. Und das regt mich einfach auf sowas. Wenn wir dort unmittelbar vor dem Gegner stehen und eben nicht in der Lage sind, den einfach mal vom Puck zu trennen und dann schießt er und dann ist das Ding natürlich drin. Das sind dann halt auch so Sachen. Der braucht einmal schießen und das Ding ist drin. Das sind so Dinger, die gelingen uns eben nicht. Naja, 2-2. Den müssen wir uns wohl stellen. LA ist wieder dran. Wieder mal der Conroy. Das ist einfach wohl der überragende Mann bei denen. Aber Tetschak. Tetschak. Ja, jetzt gibt es auch noch die Strafe gegen uns. Na wunderbar. Zwei Minuten Powerplay für Los Angeles. Strafe gegen Tetschak. Zwei Minuten für Ellenbogencheck. Ja, da fährt er den Ellenbogen aus. Entscheidung schon richtig. Also LA jetzt mit der Chance in Überzahl hier wieder in Führung zu gehen. Oh Mann, wäre das bitter. Aber Pru erst mal. Vielleicht können wir ja auch in Unterzahl mal zuschlagen. Mehr erst mit der Chance. Aber Kluché ohne Probleme. Und da kommen sie wieder, die Gastgeber. Aber Kostapel ist im Abseits. Und da haben wir den Ausgleichstreffer der Kings aus Los Angeles durch Conroy. Den bekommen wir einfach nicht in den Griff. Obwohl er sich eigentlich zwei Drittel hat, überhaupt nicht wirklich gezeigt. Aber ja, das ist eben dann so ein entscheidender Spieler. Der muss nicht unbedingt auffällig sein. Aber dann ist er auf einmal da und macht den Treffer. So läuft das dann eben. Pru, aber jetzt. Verschafft sich da Platz. Schöner Schuss. Und Kluché hält natürlich. Und jetzt natürlich Platz für die Kings. Das ist natürlich eine riskante Spielart und Weise von uns, hier in Unterzahl so offensiv zu agieren. Da geben sich dann natürlich auch mal Kontakräume für die Gastgeber. Conroy, Camilleri, Abseits. Gut verteidigt. Partie unterbrochen. So, 11 Minuten 53 noch auf der Uhr in diesem dritten Drittel. Die Frage ist, fällt ja noch die Entscheidung, geht es wieder in die Overtime? Ich kann es euch nicht sagen. Pru. Aktuell wäre es wieder mal die Overtime. Welch Wunder, welch Wunder. So, jetzt die Kings Plague. Der Pass. Pru passt auf. Und wir befreien uns wieder und werden damit wohl die Powerplay-Situation der Kings unbeschadet überstehen. Und da nochmal die Chance. Und Meyers 3-2. Unterzahl-Tor. Jamel Meyers. Wir führen wieder in Los Angeles. Da haben wir die Chance genutzt. Starker Pass. Und Meyers mit einem Superschuss-Kluché ohne Abwehrmöglichkeit. Es steht 3-2 für die St. Louis Plus. Wir führen wieder bei den Kings. In Unterzahl. Das 3-2 gemacht. Was für ein Spielzug. Schönes Tor von Meyers. 3 Sekunden Powerplay noch für die Kings. So, und wir sind wieder vollzählig. Na wunderbar. Wir führen wieder knappe 9 Minuten vor dem Ende dieser Partie. 3-2. Die Blues aus St. Louis. In Los Angeles in Front. Tja, Freunde. So geht das. In Unterzahl. Schlagen wir eiskalt zu. So, und T-Juck. Jetzt die Kings natürlich wieder unter Zugzwang. Müssen jetzt natürlich alles dran setzen, den Ausgleich zu erzielen. Sonst verlieren sie Spiel 3. Und das ist Damon. Aufkrieft T-Juck. Der mit dem Pass, der nicht ankommt. Oh Gott. Das könnte natürlich teuer bestraft werden am Ende. Die Kings mit Clark. So, aber... Fehler wieder gut gemacht. Garen. An der Scheibe. Der schleicht mehr übers Eis. Oh, der Pass auf Rightfield. Und T-Juck nochmal. Ah, da haben wir die Situation zu spät realisiert. Das sind immer so Sachen, wenn der Puck dann auf einmal wieder frei vor dem Spieler liegt. Und dann realisiert man das erst zu spät. Und dann, anstatt abzuschließen, dann passt man nochmal oder so. Das sind halt so ärgerliche Situationen. Naja. T-Juck. Auf McKee. Abseits. Ärgerlich. So. Drei Minuten. 31 noch auf der Ohren. Dritten Drittel. Und dann ist Spiel 3 vorbei. Aktuell zugunsten der St. Louis Blues. Wir führen 3 zu 2. Aber noch ist das Spiel nicht entschieden. Garen mit der Chance aufs Vierte. Kann er nicht nutzen. Bleibt aber an der Scheibe. Bill Garen. Auf Jackman. McKee. McKee. In die Mitte. Auf T-Juck. Und er scheitert an Clouche. Und jetzt Convoy. Eintreffer hat er schon. Bitte nicht schon wieder der Convoy. Wunderbar der Einsatz. Und wir befreien uns. Da great. Auf Garen. Und die letzte Minute des Spiels hat begonnen. Wir führen 3 zu 2. Diese Führung muss doch über die Runden zu bringen sein. Nostrom. Und natürlich. Die Kings werden jetzt nochmal alles nach vorne werfen. Armstrong. Ne. Freundchen. Heute nicht. Reitman. Setz dich da durch. Reitman mit dem Pass auf Drake. Reitman. Clouche hält die theoretischen oder besser gesagt die realistischen Chancen auf den Ausgleich der Kings noch fest. McKee. Aber solange wir natürlich in der Offensive sind, kann uns nichts passieren. So müssen wir weitermachen. Kaczanjik mit dem Pass auf Drake. Kaczanjik wieder. Reitman abseits. Partie unterbrochen. Noch haben die Kings Clouche nicht vom Eis genommen, aber ist ja auch logisch, weil wir die ganze Zeit im Angriff sind, weil wir ja irgendwie schwach sind, wenn sie da den Goalie vom Eis nehmen. So. Das wäre dann wie eine Einladung. So. Jackman. Und wir bleiben weiterhin unter Offensive. Jackman. Kieftet Schack. Arm Puck. Der Pass auf Raid. Dark Raid macht das klar. Jawohl. 4-2. Da ist er drin. Und das war nicht mal ein Torschuss, aber das Ding ist trotzdem drin. Egal. Raid setzt sich durch. Legt den Puck an. Clouche ist schoner. Und von da aus geht die Scheibe hinter die Linie. 4-2. Kurioser Treffer. War ehrlich gesagt nicht mal so gewollt von mir. Aber ist auch egal. Wir führen 4-2. Und das müsste es gewesen sein. Die letzten Sekunden in diesem dritten Spiel der zweiten Runde laufen. Und wir gewinnen bei den Los Angeles Kings mit 4-2. Spiel 3. St. Louis führt in der Serie mit 2-1. Ein so wichtiger, ein so wichtiger Sieg. Unfassbar. Natürlich. Die Kings am Ende geschlagen und frustriert. Dabei hatten sie eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht. Aber unsere Blues waren am Ende nun mal besser. 4-2 der Entstand. Das ist das erste Spiel in dieser Serie, das nicht durch die Overtime entschieden wird. So. Dark Raid ist der dritte Star heute mit einem Treffer und zwei Assists. Dann der zweite Star. Alexander Frodov mit einem Treffer für die Kings. Das war der zum 1-0 für LA. Und der erste Star zu guter Letzt. Keith DeChuck mit einem Treffer und zwei Assists. Also Freunde. Wir gewinnen. Spiel Nummer 3. Der Playoff Runde 2 gegen die Los Angeles Kings mit 4-2. Ein, denke ich, verdienter Sieg. Es war ein harter Kampf wieder mal gegen die Kings. Aber letztlich waren wir, denke ich, einfach die bessere Mannschaft. Haben unsere Chancen effektiver genutzt. Und deswegen gewinnen wir hier letztlich nicht ganz unverdient gegen die Kings. Führen also nun in der Serie mit 2-1 Siegen. Und haben also die Möglichkeit, im vierten Spiel mit einem Sieg den Vorsprung auf 3-1 Siege auszubauen. Hoffen wir also, dass wir die Gelegenheit dann demnächst nutzen können. Ich bedanke mich dann wie immer für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet euren Spaß. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dahin. Bis zum nächsten Mal.